Ihr seid heute hier, weil ihr Muschis seid. Also Entschuldigung, also ich bin keiner Muschi. Danke Horst. Also nochmal, ihr seid heute hier, weil ihr Muschis seid, aber echte Männer werden wollt. Allerdings müsste zuvor eine Prüfung bestehen. Erst dann werde ich euch den richtigen Weg zeigen können. Hinter euch seht ihr drei Bäume. Einer davon steht für euer bisheriges Leben. Fällt es! Ist es nicht verboten, einfach so ein Wald Bäume zu zwingen? Das ist mein Wald! Du, Jos! Run! Run! Könnte ich nicht doch lieber die Vorstags haben, also wenn ich es jetzt nur... Lösch! Run, du fatze! Lösch! Sch! 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 Ja, 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 ja.